Grüß Gott aus der Sonne, die wieder mal mit der letzten Etliger Bandkontest. Dankeschön. Und jetzt habe ich das Vergnügen, eine nächste Band anzusagen. Love to Hate. Love to Hate kommt auch aus Etliger, hat ja auch einen Probenraum bei uns. Und Love to Hate, ja, kann man eigentlich mit drei Worte, deren Musik kann man mit drei Worte beschreiben. Einmal Spaß an der Musik, anfangs vier Worte, aber das legen sie auch aus. Und, ja, heute ganz besonders auch eine kleine Premiere von meinem Kollegen, unserem Sendeleiter, der Ralf. Der spielt heute auch mit bei Love to Hate. Und da bin ich ganz gespannt, wie sich der Ralf so schlägt. Ich habe ihn vorher noch nicht gehört, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Ralf echt eine gute Granate ist. Also, eins und dann auf die Bühne, Love to Hate.